Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Quantencomputern. Dieses Mal wollen wir uns um die Superposition noch ein kleines bisschen mehr kümmern, denn die habe ich im letzten Mal nur ein kleines bisschen angerissen und das ist ja eigentlich genau der Effekt, der hier so spannend ist und der eigentlich das ganze Ding ausmacht. So, das heißt, was wir heute machen wollen, bezieht sich allein auf diese wunderbaren Teilchen hier. Ja, die Atome, okay? Und diese Atome haben im Normalfall einen Atomenkern und außenrum einige Elektronen. Und macht euch übrigens nichts draus, wenn ihr nicht ganz alles versteht, beziehungsweise wenn ihr absolut nicht rafft, dass sowas tatsächlich passiert. Das ist absolut normal und deshalb hat selbst der Erschaffer von diesem Theorem, von der Heisenbergschen Unschärferelation uns gesagt, denn man muss quasi entsetzt darüber sein. Manche Forscher gehen sogar davon aus, dass das irgendwas mit verschränkten Realitäten, also quasi unser Paralleluniversum da irgendwas damit zu tun hat und dass die irgendwie miteinander kommunizieren über diese atomaren Effekte und das ist einfach nur komplett Banane. Aber ich möchte hier euch nur quasi das Grundwissen geben, das ihr braucht, um dann am Ende die Quantenalgorithmen selbst schreiben zu können. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert und das kann man durchaus auch schaffen. Innerhalb dieser paar wenigen Videos, die ich hier mache, nämlich ungefähr genau drei. Ja, okay, das heißt, Superposition bezeichnet einen Zustand eines Atoms, der nicht fest definiert ist. Denn genau das besagt die Heisenbergsche Unschärferelation. Wenn ich messe, wo mein Elektron sich befindet, dann weiß ich nicht, in welche Richtung mein Elektron sich dreht. Okay, das heißt, mein Elektron dreht sich die ganze Zeit zusätzlich zu der Position, die auch absolut variabel ist. Mein Elektron ist irgendwo um meinen Kern drumherum. Ich kann nicht sagen, wo. Und es dreht sich in eine Richtung. Entweder es dreht sich nach rechts oder es dreht sich nach links. Und das bezeichnet man als Spin. Und dieser Spin, den nehmen wir jetzt einfach als Null oder als Eins, also quasi als binäre Operation. So, und meine Superposition bedeutet jetzt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das Elektron dreht, weil das einfach wirklich zufällig ist. Und ich habe keine Ahnung, wo mein Elektron eigentlich sich befindet. Und die Heisenbergsche Unschärferelation sagt mir jetzt folgendes. Ich kann entweder messen, in welche Richtung sich mein Elektron dreht, oder ich kann messen, wo es sich befindet. Beides gleichzeitig, das geht nicht. Fragt mich bitte nicht, wieso. Das ist Physik-Stuff, den wollen wir hier gar nicht anfangen. Das ist nämlich relativ komplex. Aber wir können uns jetzt folgendes vorstellen. Denn ich habe das jetzt mal hier ein kleines bisschen leichter dargestellt. Wenn ich meinen Atomkern oder meinen Atom ein kleines bisschen anders darstellen möchte, dann habe ich im Endeffekt vier Ebenen. Und zwar kann ich entweder, also nehmen wir einfach mal an, ich habe hier zwei Elektronen, ja, und beide drehen sich in eine Richtung. Dann habe ich entweder beide Elektronen drehen sich nach rechts, beide drehen sich nach links, was dann Null, Null oder Eins, Eins ist. Eins dreht sich nach rechts und eins nach links, beziehungsweise das andere dreht sich nach rechts und das andere dreht sich nach links, was Eins, Null beziehungsweise Null, Eins darstellt. Und ich kann jetzt hier tatsächlich hergehen und kann sozusagen meine Superposition definieren. Denn eine Superposition ist nicht irgendwie entweder Null, Null oder Eins, sondern wie ich letztes Mal erklärt habe, wirklich beides gleichzeitig. Und zwar in einer gewissen Kombination. Das ist im Endeffekt, als hätte ich eine X-Achse und eine Y-Achse. Das heißt, ich kann mir das Ganze als komplexe Zahlen vorstellen, ja. Also als 2 plus 5i. Ihr kennt das vielleicht aus der Mathematik, aus der Schule. Und so kann ich das im Endeffekt auch mit allen vier Ebenen machen. Das heißt, ich habe hier einen Wert, der sich aus vier Ebenen zusammensetzt. Ich habe eine Kombination aus all diesen vier Möglichkeiten. Ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr Wellen überlagern, okay. Okay, das kann man sich wunderbar als Audiosignal vorstellen. Wenn ich zum Beispiel zwei laute Signale aufeinander packe, dann wird es besonders laut, ja. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, zwei Wellen habe, die sich gegenseitig auscanceln, das sieht dann folgendermaßen aus, dann wird das Signal insgesamt deutlich schwächer. Und das gibt es auch. So funktionieren übrigens Kopfhörer oder Noise Cancelling Kopfhörer, davon habt ihr sicher schon mal gehört. Die machen genau das. Die nehmen das Umgebungs- oder den Umgebungssound auf und spielen sozusagen das Inverse davon ab, damit sich die Wellen gegenseitig auscanceln. Und so kann man sich das im Endeffekt auch vorstellen. So, jetzt wenn wir uns dieses Qubit nochmal genauer angucken, dann hat das im Endeffekt diesen variablen Zustand in Superpositionen. Das heißt, es ist eine Kombination aus 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1. Das heißt, es ist eine Kombination aus diesen Möglichkeiten. Aber wenn ich das Ding beobachte, dann fällt es wieder wirklich auf einen festen Wert zurück. Das heißt, ich messe dann, in welche Richtung sich die Elektroden drehen. Und das hat man zum Beispiel wunderbar bei dem Stern-Gerlach-Versuch gesehen, den ich jetzt hier auch nicht weiter vorzeigen möchte. Den könnt ihr aber gerne mal googeln sozusagen als weitere Info. Das ist auch quasi in die Richtung des Laserstrahl-Experiments, das ich letztes Video gezeigt habe. Das geht in dieselbe Richtung. Man hat nicht irgendwie alle Möglichkeiten zwischendrin, sondern man hat wirklich harte Streifen mit unserem Laserstrahl-Gatter-Versuch quasi. Das heißt, es ist entweder 0, 0 oder 0, 1 oder 1, 0 oder 1, 1. Ja, und dieses wunderbare Teilchen, beziehungsweise diese vier Kombinationen, lassen sich normalerweise, also in einem regulären, ganz normalen Computer, durch zwei Bits darstellen. So, das ist also 2 hoch 1. Ja, also 2 ist 2 hoch 1. Das ist einfach so. Mit vier, beziehungsweise mit zwei Quantenbits, also zwei Qubits, kann ich plötzlich vier Zustände modellieren, also 2 hoch 2 Bits. Während ich mit drei Stück kann ich acht Zustände modellieren, also 2 hoch 3 Bits. Und ihr seht plötzlich, meine Quantencomputer-Bits, also meine Qubits, die steigern die Leistung meines Rechners exponentiell. Während normale Bits, die steigern einfach nur ganz normal linear. Das heißt, habe ich doppelt so viele Bits, kann ich doppelt so viele Daten speichern. Während wenn ich doppelt so viele Quantenbits habe, also doppelt so viele Qubits habe, dann kann ich exponentiell mehr Daten darstellen und speichern. Und das ist natürlich etwas, was wir wirklich ganz gerne haben wollen, weil das auch wirklich, wirklich mächtig ist. So, zu guter Letzt für dieses Video wollen wir noch ganz kurz einen wichtigen Begriff klären, und zwar die Quantum Supremacy. Die Quantum Supremacy bedeutet, oder das ist quasi der Zeitpunkt, wenn Quantencomputer den echten realen Computer, die wir aktuell haben, wirklich überlegen sind. Das heißt, wenn ich etwas wirklich besser machen kann, als mit Quantencomputern. Und wir sind aktuell folgendes, also wir haben folgendes erreicht. Google hat mit 53 Qubits, die wirklich funktionieren. Also man braucht noch ein paar Qubits, damit das ganze Ding überhaupt instand gehalten wird. Also in der Wahrheit hat diese 53 Qubits sind eigentlich mehr. Aber es sind 53 funktionale Qubits, die miteinander etwas machen können. Und Google definiert damit quasi Quantenüberlegenheit, weil sie eine Aufgabe wirklich schneller gelöst haben, als sie eigentlich mit einem herkömmlichen Rechner lösbar ist. IBM ist bei insgesamt 56 Qubits. Davon müssen nicht alle funktional sein. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie viele davon wirklich funktional sind. Die machen das auch alle irgendwie so ein bisschen eigens, während Microsoft macht sowieso was komplett anderes. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, quasi diese Quantencomputer zu bauen. und je nachdem, welche Möglichkeit man nimmt, hat man eben andere Definitionen von wirklich einem Qubit haben oder nicht haben. Und sagen wir mal, wir haben 250 Qubits, dann haben wir tatsächlich mehr, oder wir können in diesen Qubits mehr Zustände speichern, als es an Atomen im ganzen Universum gibt. 2 hoch 250, das ist mehr, als wir Atome haben. Und mit 250 Qubits könnten wir tatsächlich mehr Informationen speichern, als wir eigentlich Atome im Universum haben. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. Und ihr seht, 250 Qubits, das ist erstmal nicht viel. Ich meine, in meinem Computer sind sehr viel mehr Bits als 250 drin, denn mit 250 Bits könnte ich nicht mal Pokémon spielen. Aber 250 Qubits, damit habt ihr quasi die ganze Welt simuliert. Und das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal geht es um die wundervolle Entanglement-Sache, beziehungsweise Quantenverschränkung und Qubits, die miteinander verbunden sind. Und damit verabschiede ich mich. Lasst mir gerne Feedback da, wie immer. Und ja, wem es gefallen hat, der darf auch gerne eine Empfehlung aussprechen, an Freunde, Verwandte oder so. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.